ja ich hatte auch noch abgeschossen kurz vorm ende ja das kann ja ich bin viermal abgeschossen anders kann ich noch nicht gewinnen das war beim letzten mal genauso mit den formel 1 rennen hat er die leute abgeschossen am anfang und hat das rennen gewonnen ja im gegensatz zu dir hat der marcus nie so umgeholt und hat versucht aufzuholen und es war knapp ich war auch hier schon wieder dran dann euch die gründen zu haben wenn ich habe viermal versucht aufzuholen hier mal wurde ich hier erst mal wieder abgeschossen als ich gerade abgeholt hatte hier gibt es ein messer baby messer hier blotty stürmt so kevin ist schon mal müde da hat es gerade eine stunde hingelegt beide sind gestorben krass ich habe ich glaube ich geholt so kann ich das ding benutzen hallo warum schlachten uns wirklich alleine hier ab und einer da oben wirft die ganze zeit erst mal die ersten zwei mit mit monatops weggebrannt und dann aufgeräumt bleibst du mal stehen du feigling du pussi du was willst du von mir da kommt hier wieder ein messer ich lege nur auf mir ein vor allem das stand da als gruppe ich habe einfach die ganze mutter guckt jetzt sein wir doch auch wir müssen doch da oben du kannst du das ist nicht wahr der stirbt nicht alter kommt von der seite einfach ich treffe die ganze zeit kommt auf den tasten das ist das ist ich hoffe ich gestoppt und gehe ich wieso trifft er nicht wo hast du das messer her sag mal das wird euch garantieren die sorgen wie ich sie kenne alles abstechen ich habe es aber auch gefunden ich habe es auch gerade gut das machen wir beide hier eigentlich für eine kopierende einfach ich gebe dem dings kein kill mehr aber das ist nicht wahr dick der trifft die nicht und baby steht einmal zu tut ich bin das die ganze plattform abgelaufen das ist doch nicht wahr der trifft die nicht ich weiß ich finde ich wollen also ich tritt mal bis entgegen ich kann nichts machen gegen gegen die ich treffe dich nicht der dritte tritt die lieber als ich habe die zu messern und das macht ein stich tot naja ich bin ich bin jetzt wollte er wieder die hier trifft mich stup sucht vor dem oder kotzer ins gesicht gebraucht warum trittst du denn zu und ja das ist das problem mit mir genauso das gleiche macht er anstatt zuzustechen einer tritt zu aber wir macht das genauso oder der trifft gar nicht lässt das markt gefälligst sein mit diesem scheiß ja der typ wieder nicht weg gehen will einfach mal da oben steht die ganze zeit einer alter fuße brennt Dreh dich doch nicht um. Alter! Voll ins Gesicht gezogen, Alter! Das ist geil, dass ich hab ja noch deinen Kill von Kevin gekriegt. Marki tritt mich trotzdem nieder. Aua! Du kannst nichts machen, du kannst nichts machen, der schlägt daneben. Aua! Alter! Verpiss dich mal mit den Scheiß-Monotoff-Tocktails. Hey, ich krieg noch keinen Stich, sinnlos. Das ist hier so Frauenkampf! Ich hab Jascha flambiert, die ist nicht so schön. So ein richtiger Bitch-Fight. Ich kann nichts machen, weil ich bin aufs Messer ja selbst wieder auf die Bulle-Tocktails zurück. Baby, nicht mit mir. Ja. Ja. Warte, Frau Sven. Jawohl! Sie sind da mit dem Glück. Erledige innerhalb von den ersten 30 Sekunden. Das war ein paar Mal. Aber Penny? Das wird der Messer, der schlägt in die Luft. Penny, wir haben uns lange gegeneinander getreten. Du wolltest aber auch nicht sterben, ne? Das große RTL schien beim Tretigen. Ja, das war einfach. Und dann hat sich Marki eingemischt. Da habt ihr euch mal eine Gruppe gesammelt, da hab ich einfach Monotos reingeschmissen. Das ist so, wie zwei Wedels streiten sich über was und Marki will so das Elend befreien. Es ist doch genug für euch beide da. Alle streiten sich um Marki.